In Chopau gab es für die Damen des FSV Reichenbach nichts zu holen. Sie verloren 3 zu 1 und bleiben auf Platz 7 der Regionalliga Ost. Am Samstag kommt der Tabellen-9. Meiningen in die Weinholzschule. Da soll mit einem Sieg Anschluss ans Mittelfeld gehalten werden. Anpfiff ist um 19 Uhr. Die Herren des VSV Oesnitz hatten vergangenes Wochenende spielfrei. Als Tabellen-6. empfangen sie nun ebenfalls 19 Uhr den Tabellen-5. die 2. der LE-Wallys. Siegt der VSV, tauscht er mit den Leipzigern die Plätze. Diese Woche stand ganz im Zeichen des DFB-Pokals. Leider ohne Beteiligung aus dem Sendegebiet. Dafür kicken sechs Teams aus Westsachsen und dem Vogtland in der Landesklasse West, der wir uns nun widmen. Zunächst ein Blick auf die Sorgenkinder. Aufsteiger Mühltroff wird auf heimischem Platz von Fortuna Chemnitz 0 zu 8 deklassiert und rutscht auf einen Abstiegsplatz. Die Piles-Truppe muss nun nach Oelsnitz. Da hängen die Trauben derzeit sehr hoch, fast unerreichbar. Die Lok aus Zwickau verliert in Chemnitz bei der Germania 0 zu 2 und setzt ihren Weg nach unten im Klassmon fort. Die Marienthaler können und müssen am Samstag 16 Uhr zu Hause gegen Schlusslicht Klaffenbach endlich punkten, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht ganz zu verlieren. Reichenbach holt mit dem neuen Trainer Kästner beim Favoriten in Merane ein respektables 1 zu 1 Unentschieden. Die Kästner betonte, im Team scheint doch Potenzial zu stecken. Erneuten Beweis dafür kann es am Wasserturm gegen den vorletzten IFA Chemnitz liefern. Merane rutscht durch das Remis von 6 auf 7. Der wird in der Partie beim dritten Marienberg schwer zu halten sein. Eine tolle Saison spielen derzeit die starke Schützlinge. Mit 7 zu 1 gab sich Oelsnitz auch beim tabellenletzten Klaffenbach keine Blöße. Gegen Mühltroff könnte es in der gegenwärtigen Verfassung auch zu Hause ein torreiches Treffen werden. Klassenprimus Klauchau zieht weiter unbeirrt seine Kreise. Im Spitzenspiel beim Tabellenvierten holte er mit dem 2 zu 1 Auswärtssieg weitere drei Punkte. Für die Klauchauer steht ein weiteres Spitzenspiel an. Im Sportpark trifft die Wienhold 11 auf den zweiten BSC Rapid Chemnitz. Mit einem Remis würde Empor die Liga weiterhin anführen. Doch mit Sicherheit steht ein Sieg auf der Agenda der Klauchauer. Anstoß außer bei der Lok ist überall am Sonntag um 14 Uhr. Die Frauen des DFC kehren nach einem schweren Spiel mit einem Punkt vom Spiel beim Tabellenneunten Post-SV Dresden zurück. Mit toller Moral und zweimaliger Aufholjagd sicherten sie sich ein 3 zu 3 und bleiben auch im siebten Spiel ungeschlagen. Kommenden Sonntag empfangen die Westsächsinnen die Frauen des TSV 1899 Spitzkunnersdorf. Anstoß in Zwickau-Auerbach ist um 14 Uhr. In der Landesklasse entledigt sich Jösnitz seiner Favoritenrolle in Grimmetschau mit einem 2 zu 0 Sieg. Im zweiten Derby wird Rodewig zu Hause ebenfalls seiner Favoritenrolle gerecht und besiegt Ebersbrunn mit 5 zu 0. Auch Wildenfels kann punkten und behält mit 2 zu 0 gegen Rabenstein die Oberhand. Am Sonntag wird 10 Uhr die frauenfußballerische Vorherrschaft im Vogtland geklärt. Tabellenführer Rodewig empfängt den derzeit Vierten aus Jösnitz. Klauchau-Grimetschau muss zu Rabenstein und Wildenfels nach Chemnitz zum 1. FFC für die beiden lösbare Aufgaben. Klauchau-Grimets Nolan